Hallo und herzlich willkommen auf eurem Game Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich zeigen, wie man mit dem G-Mix Superfilter unter PictureFX in Filmemulation einen perfekten Sonnenuntergang erzeugen kann. Und ja, dazu habe ich jetzt hier ein paar Bilder gerichtet. Ich werde jetzt hier dieses nehmen und das findet ihr dann wie immer in der Beschreibung des Videos, wenn ihr das aufklappt, wenn ihr das nachbauen wollt. Natürlich könnt ihr das auch mit euren eigenen Fotos machen. Ich wähle das mal aus hier, starte GIMP 2.10.6 und Punkt 2, 6.2 und ich werde das absolut umwandeln, kalometrisch und werde jetzt hier mal auf F11 gehen, um den Vollbildmodus zu aktivieren. Als allererstes müssen wir hier mal das Foto skalieren, weil erstens mal ist es riesig groß und zweitens 3840 x 2160 wäre dann eine 4K-Auflösung, UHD-Auflösung und das kann ich dann auch in der Größe als Deckblatt für dieses Video benutzen, wenn ihr das auf YouTube findet. Über SDRG, Umschalt und J kann ich das Foto in das Fenster einpassen und kann jetzt hier über dieses Symbol hier diesen Hintergrund einmal duplizieren. Wir arbeiten mit G-Mig, haben wir gesagt. Okay, also rufen wir auf. Filter G-Mig, wie man G-Mig installiert. Dazu habe ich schon einige Videos gemacht auf meinem Kanal. Vor allen Dingen für die Windows-Leute interessant, wie kommt man da hin und so weiter. Einfach mal auf meinen Kanal oben gehen und dann auf Videos und dann findet ihr das. Wir haben jetzt hier in dem Fall G-Mig Qt für GIMP 2.10. Ja, ich arbeite mit Linux 64-Bit. Entschuldigung, und das ist die 2.4.0 Version dieses Filters. Und nun sehen wir hier diesen Eintrag Film Emulation und hier PictureFX, also ja, Bildeffekte. Und unter Bildeffekten sehen wir hier unten einen Link PictureFX, also Bildeffekte, a free health club set. So, und wenn ich hier draufklicke, dann startet mein Browser in dem Fall und wir kommen auf eine Seite hier und da ist dieser, ja, dieser PictureFX Filter sozusagen dargestellt oder da gibt es einen Bericht darüber. Ich werde den mal hier nach Deutsch übersetzen oder nach Deutsch übersetzen und da könnt ihr sehen, eigentlich kommt dieser PictureFX Filter aus der Film Emulation von RAW Therapy, diesem RAW Converter, ja, also diesem Rohdaten Bild Bearbeitungsprogramm. Das gibt es auch für Windows natürlich und für Linux sowieso und hier sieht man, da kommen diese Filter her und nachdem der, ja, der Erfinder sozusagen, der Schöpfer von G-Mig, nämlich der David Jumpalé das gesehen hat, hat er gefragt, ob er denn diese, diese Filter sozusagen in sein G-Mig integrieren darf. Und da gibt es noch diesen, ja, diesen Online Film Emulator und der Jonas Wagner hat den wohl auch erschaffen und das ist der 29.ach Film Emulator und der hat dann diese LATS oder CLATS auch verarbeiten wollen und das ist dann auch gelungen. Was LATS im Einzelnen sind, das findet ihr, wenn ihr das in euren Browser eingebt, einfach LATS und da kommt ihr dahin, das sind also praktisch so Color Grading Vorlagen wie das hier zum Beispiel und dann könnt ihr damit Bilder farblich verändern. Ich habe dazu vor kurzem erst ein Video gemacht, das findet ihr auch auf meinem YouTube Kanal, wenn ihr auf meine Videos geht. Gut, wir sehen jetzt hier diesen Filter, Picture FX, also Bildeffekte und hier haben wir dann die Stärke des Effekts, die Helligkeit, Kontrast Gamma und Farbgebung und Sättigung und so weiter. Und hier kann man die Farben noch normalisieren, dazu kommen wir gleich noch und hier kann man zum Beispiel horizontal, vertikal und so weiter einstellen, wo man denn diesen Filter nutzen möchte in bestimmten Bereichen nur oder eben aufs ganze Bild. Und ja, wir müssen den ersten Mal suchen hier, es sind einige drin, ich wollte mich hier auf den Gold FX Perfect Sunset, also Gold Effekt und perfekter Sonnenuntergang, eine Minute, fünf Minuten und zehn Minuten. Ja, das sind diese drei verschiedenen Filter, die wir hier nutzen können für den Sonnenuntergang, für einen perfekten Sonnenuntergang, also nach einer Minute, nach fünf Minuten, nach zehn Minuten des Erscheinens am Ort sozusagen. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Filter aktiviere, dann seht ihr hier gleich den Unterschied, wie dieser Filter auf dieses Bild wirkt im Einzelnen und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also wie gesagt, hier haben wir die Stärke, hier können wir den ganz herausnehmen oder eben standardmäßig auf 100% komplett auf das Bild anwenden und man sieht, wie schön hier das herausgearbeitet wird. Und der Gimp sozusagen oder Photoshop oder wie auch immer, muss man dann mit Pinseln und mit Masken und mit Farben arbeiten, um diese speziellen, ja, auch Richtungen und Orte zu erreichen, die man da eben, ja, dem Sonnenuntergang sozusagen mehr plastisch zufügen möchte oder zugeben möchte. Das geht eben hier über diesen Filter komplett ganz. Ja, wir haben die Möglichkeit, den eben in Horizontal, dann seht ihr, aha, okay, jetzt ist es nach unten gebracht. Jetzt könnt ihr auch sagen, ich möchte den nach oben mehr bekommen oder nach unten ziehen. Das ist eben nicht jetzt praktikabel besonders oder rückwärts horizontal und auch hier kann man dann sagen, okay, das kann man dann nach oben ziehen oder nach unten ziehen, wie man es braucht. Ich nehme natürlich Full, ist klar, weil ich ja das ganze Foto bearbeiten möchte. Ich lasse jetzt hier einfach die Standardeinstellungen hier stehen und wir haben jetzt hier Normalized Colors und hier haben wir einmal die, ja, wie sagt man, die Vorverarbeitung, also diesen Pre-Processing Filter. Da sieht es ein bisschen anders aus im Vorprozess und in der Nachbearbeitung, in dem Postprozess ist es ähnlich wie dem, was wir gesehen haben, ohne diese beiden Filter einzuschalten. Und hier kann man beide Prozesse, also den Vorverarbeitungsprozess und den Nachbearbeitungsprozess kombinieren und dann dementsprechend hier wieder über die Schieber dann dementsprechend verändern. Natürlich kann man das eben, wie gesagt, aufeinander lassen, also auf keinem und schon haben wir hier einen wunderbaren Effekt. Der nächste wäre dann praktisch nach 5 Minuten, ja, dann ist das noch ein bisschen kräftiger und abgedunkelt sozusagen und dann haben wir den nach 10 Minuten, dann wird es noch kräftiger und noch plastischer in der Aussage. Wenn wir jetzt hier beide, both nehmen und dann kann man das eben dementsprechend hier über den Kontrast regeln, ich zeige das nochmal, ihr könnt dann eure Schieber, das muss man sehr vorsichtig halt sein, ihr habt es gemerkt und so weiter. Und so könnt ihr dann eure, ja, eure Bilder, eure Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge relativ einfach bearbeiten. Und ja, das war es im Großen und Ganzen schon, also wie gesagt, mit den LATS einfach mal eingeben, LATS, ja, L-U-T-S in eure Suchmaschine, dann kommt ihr da zu verschiedenen Anbietern, die gibt es auch für umsonst und so weiter. Aber ich habe, wie gesagt, ein Video schon gemacht oder zwei und auch erst eins vor kurzem, ihr findet es dann wie immer oben in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. So, das war es schon im Großen und Ganzen, kurzer Prozess, herzlichen Dank fürs Schauen, für die neuen Menschen, die ihr hergefunden habt, wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben, beziehungsweise eine, ja, wie sagt man, ein Abo und ja, herzlichen Dank fürs Schauen. Ich zeige das nochmal, wenn ich jetzt hier mit der rechten Maustaste draufklicke, dann ist der Effekt verschwunden und ja, wenn ich wieder loslasse, kommt er wieder zurück. Ja, okay, also herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.